Die dritte Auflage des jetzt schon legendären Adventskalenders. 24 Türchen, alle unterhaltsam. Die Amstetner Rotarier geben wieder Gas. Wunderbar! 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 Jetzt passend zum Advent, haben sie mal ein Geschenk weggebracht. Und zwar haben unsere Kolleginnen so ganz leckere Kekse gebacken. Die sehen echt super aus. Ich hoffe, die schmecken auch genau so gut. Wie geht es Ihnen hier? Gut. Ja? Schön zu werden. Fühlen Sie sich hier wohl? Ja, auf jeden Fall. Damit wir auch eine schöne Überraschung zum Advents haben. Geht es Ihnen hier gut? Fühlen Sie sich hier wohl? Ich fühle mich sehr wohl hier. Das freut mich. Also besser geht es mir. Das ist schön. Ja, das ist wirklich was schön. Geht es? So, nun sind wir beim alten Wohnheim St. Josef Stift und verteilen die Kekse wie beim Auschwitz. Kommt gerne mit. Im Rahmen der Aktion Adventskalender haben wir dafür Kekse gebacken. Also die andere Truppe von den Auszubildenden, wo würden die gerne hier einmal an Ihnen verteilen. Dass die als Auszubildende der Sparkasse Plätzchen gebacken haben und die an soziale Einrichtungen verteilt haben. Ist das korrekt? Ja. Mitmachen, Gutes tun, mit etwas Glück einen der 24 attraktiven Preise gewinnen. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit.